Was ist das, was man in einer Klinik ist? Sehr nett. Man merkt nicht, dass man in einer Klinik ist. Ärzte, die Schwestern, das ganze Personal. Hervorragend. Zu den Leuten, die hierher kommen. Super. Es gibt keinen Vergleich nach Deutschland. Es ist hier das Beste, was es gibt. Ja, also Delta Prime ist einfach eine Klinik, da muss man hinfahren. Wer hier nicht hinfährt, ist selber schuld.